Alter, mir ist so langweilig, ja. Godzilla haben wir letztens erst schon gesehen, ja, die Sonne scheint echt knallig heiß, so, aber echt überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, ich chill einfach nur noch und, mal gucken. Ey, Alter, was chillst du so auf dem Tisch? Wir haben doch schon ein bisschen geguckt. Mann, Alter, mir ist sowas von langweilig, ja, du kommst hier an und wir haben nicht mal irgendwas zu tun. Ja, Godzilla, der Film war richtig gut eigentlich, so, ne, aber echt nur Trübsalblasen, so. Was soll das? Was war das?